Und nochmal hallo Freunde, der NRW über 18 hier mit einem ganz kleinen kurzen Bonus-Part zu Chaos auf Deponia oder Welcome Back to Deponia und ja, es geht um Extras, es geht um eine Videosequenz, die wir so noch nicht gesehen haben und die möchte ich euch nicht vorenthalten und ich sage Film ab! Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und ich finde, es gibt nichts Sinnloseres und Verachtenswerteres als sowas, was wir gerade gesehen haben. Warum muss man so ein Auto so kaputt machen? Warum? Welchem Zweck dient das? Sowas... Echt, da schwillt mir die Krawatte an. Aber, Freunde, mit diesen Bildern möchte ich mich jetzt trotzdem vollendens von euch verabschieden. Ihr könnt selber entscheiden, wie ihr dieses Video jetzt gerade gefunden habt. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Die Punia 3. Dann geht's weiter. Bis dahin. NRW über 18. Adieu.